Die Geschichte selbst ist eine zutiefst menschliche Diskussion um Liebe und vergebliches Lieben und auch im größten Sinne um die Gottsuche, ob es einen Gott auf dieser Erde gibt und was wir eigentlich im Weltraum suchen. Es war klar, da musste eine Oper draus werden und ich hoffe, dass diese Oper auch so sehr berührt, wie mich der Stoff damals berührt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017